Die Vorstellung, dass Menschen Fleisch und Ausscheidungsprodukte von Tieren als Teil einer ausgeglichenen Ernährung konsumieren müssen, ist ein ungeheuerlicher Mythos, welcher seit langem von unserer Illuminati Ernährungspyramide versinnbildlicht und verkündet wird. Alle drei Stufen der gewöhnlichen Pyramide, also Fleisch, Milchprodukte und bearbeitete Fette und Zucker, sind überhaupt nicht nötig oder einer Gesundheit förderlich. Es gibt keine Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, sekundäre Nährstoffe, Aminosäuren, Fettsäuren, Proteinketten, Omega-3-Fettsäuren oder irgendwelche anderen für die Gesundheit bedeutenden lebenswichtigen Bestandteile. Nichts ist in Fleisch- oder Milchprodukten enthalten, was man nicht in größerer Fülle und besser geeignet im Reich der Pflanzen vorfinden kann. Beispielsweise gibt es mehr Omega-3-Fettsäuren in Meeresalgen als in Fisch, doppelt so viel Protein in Spinat als im Steak und viermal mehr Kalzium in Sesamsamen als in der Milch. Eine tatsächlich gesunde Ernährungspyramide würde so aussehen wie auf diesem Bild. Fleisch- und Milchprodukte sind hochsäurehaltig, dickmachend, cholesterinhaltig, Arterienverstopfend, lymphgerinnend, schleimbildend, Darmverstopfend, schwer zu verdauen und voller Würmer, Parasiten, Bakterien, Stoffwechselabfallprodukte, Hormone und Chemikalien. Eier sind eigentlich unbefruchtete Menstruationszyklen von Vögeln, auch bekannt als Hühnerperioden. Milch ist das hormonreiche Ausscheidungsprodukt einer Kuh und dafür bestimmt ihre Kälber zu nähren. Keiner dieser tierischen Bestandteile ist vorteilhaft oder notwendig für den menschlichen Verzehr. Es gibt keine einzige chronische Krankheit oder Mangelerscheinung, welche ausschließlich Veganer haben. Herzkrankheiten, Krebs, Tumore, Zysten, Multiple Sklerose, Diabetes und viele andere der hauptsächlichen gesundheitlichen Probleme wurden jedoch durch eine Umstellung auf eine hundertprozentige vegane Ernährung geheilt. Einige der stärksten Tiere in der Natur wie Gorillas, Elefanten, Elche, Nashörner, Flusspferde und Giraffen sind Vegetarier. Die Vorstellung, dass man das Fleisch eines Tieres essen muss, um stark zu sein, ist eine maßlose Übertreibung. Die Shaolin-Mönche, Kampfkünstler und wohl die härtesten Menschen auf der Welt sind strenge Vegetarier. Unsere menschliche Anatomie ist unbestreitbar dafür gemacht, von pflanzlichem Essen zu leben und nicht vom Fleisch von Tieren. Wirklich jeder Teil unseres Körpers beweist, dass wir Pflanzen- und Fruchtfresser sind und keine Fleisch- oder Allesfresser. Zuallererst haben Menschen und andere natürliche Vegetarier viermal längere gewundene Darmkanäle, perfekt dazu geeignet, um Früchte und Stärke langsam zu verdauen, wohingegen Alles- und Fleischfresser viermal kürzere Gedärme aufweisen, um rasch das säurereiche, faulende Fleisch der Tiere auszuscheiden, das sie fressen. Menschen haben basischen Speichel für die Vorverdauung von Körnern, basischen Urin und schwache Magensäuren. Alles- und Fleischfresser hingegen haben sauren Speichel, sauren Urin und 10- bis 1000-mal stärkere salzsaure Magensäure, wesentlich für die Verdauung von Fleisch. Alle natürlichen Fleischfresser, sondern darüber hinaus das Enzym Urikase ab, für die Umwandlung der Harnsäure im Fleisch notwendig. Urikase wird jedoch nicht in unseren Körpern hergestellt. Menschen haben seitliche Kieferbewegungen und flache Backenzähne, um Körner und Gemüse zu zerkleinern, während natürliche Fleischfresser keine seitlichen Kieferbewegungen aufweisen und viele große Fangzähne für das Beißen und Reißen haben. Menschen haben kurze und schwache Fingernsäure, Fleischfresser und Allesfresser hingegen haben lange, starke, scharfe Klauen, um durch Haut und Fleisch zu schneiden. Menschen müssen Vitamin C über das Essen zuführen, wohingegen die Körper aller Fleischfresser und der meisten Allesfresser ihr eigenes Vitamin C produzieren. Natürliche Allesfresser und Fleischfresser haben auch eine weit höhere mikrobielle Verträglichkeit als Menschen. Zum Beispiel wird das für Menschen tödliche Neurotoxin Botulinum von natürlichen Fleischfressern leicht und ungefährlich verdaut. Menschen, die eine hochfetthaltige Essgewohnheit haben, werden übergewichtig, träge und erkranken. Natürliche Fleischfresser jedoch bleiben schlank, tatkräftig und gedeihen uneingeschränkt bei ihrem hochfetthaltigen Speiseplan. Das menschliche Sehvermögen ist leicht dazu in der Lage, verschiedene Farben auseinanderzuhalten, was es einfach macht, Reifes von unreifem pflanzlichen Essen zu unterscheiden. Die Farberkennung der meisten Allesfresser und Fleischfresser ist allerdings weit weniger wahrnehmend. Menschen schlafen nur sechs bis zwölf Stunden am Tag, wie die meisten Pflanzenfresser und Fruchtfresser. Die meisten Allesfresser und Fleischfresser hingegen schlafen 18 bis 20 Stunden am Tag. Menschen schwitzen aus allen Poren des Körpers, wohingegen alle Fleischfresser und die meisten Allesfresser Schweiß durch ihre Zungen abgeben. Menschen haben Einzelgeburten und zwei Milchdrüsen. Fast alle Allesfresser und Fleischfresser hingegen werfen mehrere Jungen und haben Reihe auf Reihe von Milchdrüsen. Nochmal, es gibt keine Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, sekundären Nährstoffe, Aminosäuren, Fettsäuren, Proteinketten, Omega-3-Fettsäuren oder irgendwelche anderen für die Gesundheit bedeutenden lebenswichtigen Bestandteile. Nichts ist in Fleisch- oder Milchprodukten enthalten, was man nicht in größerer Fülle und besser geeignet im Reich der Pflanzen vorfinden kann. Um es kurz zu sagen, Menschen sind biologisch als Vegetarier konzipiert. Zitat von Glenn Keim, Präsident der amerikanischen vegetarischen Gesellschaft von Washington D.C. Vergleichende Anatomie verwendend, um festzulegen, was der Mensch essen soll, sollten wir uns die Art anschauen, die uns Menschen am ähnlichsten ist, nämlich die Menschenaffen. Schimpansen, Gibbons, Gorillas und Orang-Utans. Von allen Tieren haben die menschlichen Verdauungsorgane und Zähne die meiste Übereinstimmung mit diesen Affen. In Gefangenschaft fressen manche von diesen Tieren Fleisch, wenn sie dazu gezwungen sind, bevor sie verhungern. Aber in der Wildnis haben sie alle einen vegetarischen Speiseplan. Ein weiterer starker Hinweis darauf, dass der Mensch von Natur her ein Vegetarier ist, ist die Tatsache, dass Vegetarier allgemein viel gesünder als Allesfresser sind. Die amerikanische Gesellschaft für Ernährung hat bestätigt, dass Vegetarier weniger gefährdet sind, an zahlreichen Krankheiten zu erkranken, wie Herzkrankheiten, manche Krebsarten, Übergewicht, hoher Blutdruck und Diabetes 2. Eine gesunde Ernährung geht weit darüber hinaus, den Verzehr von rotem Fleisch etwas zu drosseln. In einer kürzlichen Studie an 6500 Chinesen fand der Professor der Cornell-Universität Dr. T. Colin Campbell heraus, dass obwohl die Chinesen insgesamt nur einen Bruchteil des tierischen Proteins wie die Amerikaner zu sich nehmen, jene mit dem geringsten Anteil an tierischen Proteins dennoch ein niedrigeres Risiko haben, zu erkranken als der durchschnittliche Chinese. Dr. Campbell schließt daraus, Zitat, wir sind grundsätzlich eine vegetarische Art, sollten eine große Bandbreite von Pflanzen essen und unsere Einnahme von tierischen Produkten beschränken. Zitat Ende. Alle Allesfresser und Fleischfresser nehmen ihr Fleisch roh zu sich, Haut- und Fell durchdringend und das nährstoffreiche Blut mit ihren Zungen aufleckend. Ein echter Allesfresser wie der Bär holt sich einen Fisch aus dem Wasser und verschlingt ihn im Ganzen, ungekocht, mit Schuppen, Gräten, Flossen, Kopf und allem. Wenn ein Löwe einen Pflanzenfresser zur Nahrung reißt, dringt er danach direkt in die Magengegend vor, um den rohen Magen, Leber, Gedärme und andere blut- und nährstoffreiche Organe zu fressen. Sie fressen kein gekochtes Fleisch. Für die meisten Menschen ist der Geruch und Geschmack von rohem, blutigem Fleisch ekelhaft und um es zu verzehren, müssten sie es also erst säubern, kochen und mit einigen Kräutern und Gewürzen marinieren und würzen, um es genießbar zu machen. Nun ein Zitat von Dr. Aquila L. Als letztes möchte ich nun ansprechen, dass wir Menschen nicht dafür bestimmt sind, Fleisch zu essen. Alle Fleischfresser und Allesfresser fressen ihr Fleisch roh. Wenn ein Löwe einen Pflanzenfresser zur Nahrung reißt, dringt er danach direkt in die Magengegend vor, um den rohen Magen, Leber, Gedärme und andere blut- und nährstoffreiche Organe zu fressen. Während des Verzehrs von Magen, Leber, Gedärmen usw. leckt er während des Fressvorgangs das Blut des toten Kadavers. Sogar die omnivoren Bären fressen den Lachs roh. Verzehr von rohem oder blutigem Fleisch ekelt uns Menschen jedoch an. Daher müssen wir es kochen und würzen, um den Geschmack des Fleisches zu mildern. Wenn ein Hirsch bei einem Waldbrand stirbt, rührt ein fleischfressendes Tier sein Fleisch nicht an. Sogar Zirkuslöwen müssen mit rohem Fleisch gefüttert werden, damit sie nicht verhungern. Wenn Menschen tatsächlich dafür gemacht sind, Fleisch zu essen, dann würden sie ihr Fleisch nur roh und blutig essen. Beim Gedanken an den Verzehr von solchem Fleisch dreht sich einem der Magen um. Dies ist, was ich ansprechen will. Wie uns als Menschen eingetrichtert wird, zu glauben, dass tierisches Fleisch gut für uns sei und dass wir dafür bestimmt sind, es für unser Überleben und unsere Gesundheit zu konsumieren. Wenn wir richtige Fleischfresser oder Allesfresser wären, wäre das Kochen und das Würzen unseres Fleisches mit Salz, Ketchup oder Tobasko-Soße unnötig und wir als Menschen würden es ablehnen, unser Fleisch in dieser Form zu essen. Zitat Ende. Und letztlich sollte einfache Moral, Anständigkeit und Ethik Grund genug sein, diesen Massenmord an den Tieren zu beenden. Kannst du dir vorstellen, wie Aliens auf der Erde landen und Menschen auf die Weise behandeln, wie wir es mit Kühen, Schweinen und Hühnern tun? Wenn Aliens uns zusammengepfercht in engen Käfigen hielten, uns mästeten, unsere Nasen und Hoden abschnitten, unsere Frauen vergewaltigten, unsere Kinder anketteten, uns dann töteten und uns äßen, wenn wir am schmackhaftesten wären, würdest du nicht irgendetwas Verkehrtes darin sehen? Und an die pazifistischen Fleischesser da draußen gerichtet, muss ich die Heuchelei erwähnen? Wenn du jeden Tag unschuldige, wehrlose Tiere tötest, nur weil du den Geschmack magst und dann rumläufst und so tust, als ob du gegen Krieg wärst, dann machst du dir selbst etwas vor. Leo Tolstoy sagte, solange es Schlachthäuser gibt, solange wird es Schlachtfelder geben. Ingrid Newkirk sagte, wir sollten Fleisch als das erkennen, was es wirklich ist, die Antibiotika und Pestizid beladene Leiche eines gequälten Tieres. George Bernhard Shaw sagte, ein Mensch von meiner spirituellen Intensität isst keine Leichen. Nochmal Leo Tolstoy. Der Mensch kann leben und gesund sein, ohne dass er zu seiner Ernährung Tiere tötet. Wenn er also Fleisch isst, ist er mitschuldig am Morde von Tieren, nur um seinem Geschmack zu schmeicheln. So zu handeln ist unmoralisch. Thomas Edison sagte, Gewaltlosigkeit führt zu der höchsten Ethik, welche das Ziel jeder Entwicklung ist. Bis wir nicht damit aufhören, allen anderen Lebewesen zu schaden, bleiben wir wilde.